Das ist gut. Jeder Hit ein Hit. NRW 1. Maximum Musik, Maximum Neu für dich. Hi NRW, wir sind neu und ab sofort bei euch. Jeden Tag. Okay, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Ich meine, wir kennen uns ja noch gar nicht. Aber wir freuen uns schon jetzt riesig auf euch und auf das, was wir zusammen erleben werden. Auf Karaoke am Morgen, wenn ihr unter der Dusche laut mitsingt. Auf Sonnenuntergänge und Feierabendbierchen vorm Kiosk nehmt man. Aufs Versacken in der Küche, wenn's zu Hause einfach schöner ist. Und ja, sogar auf das Im-Stau-Stick, wo wir euer Auto gemeinsam zum Open-Air verwandeln. Ganz einfach, auf das Leben in NRW. Denn dafür sind wir da, NRW 1, um mit euch das Leben zu feiern, eure Geschichten und eure Emotionen zu teilen. Und um neue Erinnerungen zu schaffen. Am besten jetzt gleich. NRW 1 findet ihr auf allen sozialen Netzwerken. Und da, wo ihr am liebsten seid. Also lasst uns gemeinsam auf die Reise gehen. Und etwas schaffen, das uns alle vereint. Das größer ist als jeder Einzelne. Und wann diese Reise startet? In 10. Bielefeld ist dabei. Hi an alle. 9. Münster. Hallöchen. Check. 8. Paderborn ab sofort dabei. Mega. 7. Dortmund. Tag hier in zusammen. Bis am Start. 6. Essen. Glück auf. Check. 5. Duisburg. Wo seid ihr? Tag auch. Ah, da. 4. Düsseldorf ist bereit. Selbstverständlich. 3. Köln. Ihr seid dabei. Da sind wir dabei. 2. Aachen. Aua. Auch am Start. 1. Bonn ist zugeschaltet. Äh, sind wir wieder Hauptstadt oder wie? Nee. Bei NRW 1. Zusammen mit euch sind wir ab jetzt unaufhaltsam. NRW 1 ist gestartet. Bonjour, this is David Giller. It's Ava Max. Hi NRW, hier ist Karl Barth bei NRW 1. Hey, das ist Diego Santos. Hi, hier ist Lena. Hey, what's up? Ich bin Jason Derulo. This is Lady Gaga. Hey NRW, hier ist Calvin Jones bei NRW 1. Hey NRW, hier ist Leonid. Und ich wünsche euch alles Liebe zum Sendestart und ich freue mich auf Maximum Musik. Was ihr von uns erwarten könnt, eine gute Zeit. Jederzeit. Und echte Hits. Non-stop. Denn NRW 1 spielt die Musik, die ihr liebt. Ohne Kompromiss, ohne Filter und ohne Pause. Maximum Musik, Maximum Spaß. Und genau damit legen wir jetzt los. Hier sind Macklemore und Ryan Lewis mit Can't Hold Us. Hier hört NRW 1. Return of the Mac. Get on what it is, what it is, what it is, what it is. Looking for a baby, can't hold us. NRW 1. Maximum Musik. Anmachen. Lautren. Abgehen. NRW 1. Maximum Musik. Maximum Happy. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go but dance up. Shake your body like a belly dancer. Marshmallow und Khaled mit dem Belly Dancer. Das war Iman Beck. Und ihr hört NRW 1. Schönen guten Morgen. Zwölf Minuten nach sechs ist es. Ab sofort stehen wir zusammen auf und starten gemeinsam in den Tag. Das ist Maximum Musik für euch. Wir sind Maximum wach. Jetzt mit Marshmallow und Khaled. Und now, ich bin Julia. Schönen guten Morgen. NRW 1. Eure Welt. Eure Hits. Non-Stop. Das sind 10.000 für euch. Maximum Musik. Maximum ihr. Öfter mal was Neues. Hier ist NRW 1. Moin. Samba war das von You Not Us. Die haben einfach mal einen Klassiker aus den 90ern. Fett aufgeheizt. Zwei DJs aus Berlin. Denn neu ist ja auch irgendwie immer besser. Merkt ihr auch hier bei uns. Maximum Musik. Maximum wach. Jetzt mit Katy Perry und Alesso. When I'm Gone. Immer up to date in Nordrhein-Westfalen. NRW 1 News. Es ist eine Premiere für Nordrhein-Westfalen. Zwar gibt es hier schon seit 1990 privaten Rundfunk. Aber erst seit heute sendet der erste private Radiosender für ganz NRW auf UKW. Und das sind wir hier bei NRW 1. Herzlich willkommen. Ich bin Thomas. Und das sind eure NRW 1 News. Wir alle sollen vom 200 Milliarden Euro Entlastungspaket profitieren. Nur wie ist noch völlig unklar. Heute Nachmittag könnte es erste konkrete Ideen geben. Ab halb fünf beraten Bund und Länder darüber, wie das Geld eingesetzt werden kann. Und wie der geplante Gaspreisdeckel funktionieren soll. Außerdem soll über ein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket beraten werden. Das zwischen 49 und 69 Euro im Monat kosten soll. Woher die Lecks an den Nordstream-Leitungen stammen, ist weiterhin unbekannt. Die schwedische Staatsanwaltschaft ermittelt aber wegen schwerer Sabotage. Um weiterzukommen, ist jetzt das Meeresgebiet rund um die Gaslecks für Untersuchungen abgesperrt worden. Das abgesperrte Gebiet ist etwa neun Kilometer breit. Dort dürfen jetzt keine Schiffe mehr durchfahren. Ab 2024 soll Schluss sein mit dem Ladekabel durcheinander. Am Mittag stimmt das Europaparlament in Straßburg über einen einheitlichen Anschlusstyp ab. Künftig soll USB-C der Standard sein für alle Hersteller von Handys, Tablets, E-Books und anderen tragbaren Elektrogeräten. Wer ein Abo im Nahverkehr hat, kann jetzt während der kompletten Herbstferien kostenlos durch ganz NRW fahren und sogar noch Leute mitnehmen. Pro Abo-Ticket können ein weiterer Erwachsener und drei Kinder bis 14 Jahren oder alternativ zwei Fahrräder kostenlos mitgenommen werden. Alle Infos dazu findet ihr auf mobil.nrw. Und das waren eure News bei NRW 1. NRW 1, euer Update für unterwegs. Das Wetter. Erst noch ein paar Nebelfelder unterwegs. Die Sonne, die setzt sich aber im Laufe des Vormittags durch. Gerade messen wir zum Beispiel in Aachen 9 Grad. In Paderborn 8 Grad. Teilweise bis zu 20 Grad heute. Und da fangen wir gerade erst an. Denn der goldene Oktober, der wird in den nächsten Tagen noch richtig schön. Da kriegen wir teilweise Temperaturen rein bis zu 24 Grad. Gott sei Dank. Der Verkehr. Da ist auch gerade noch nicht so viel los auf den Straßen. Vorsicht auf der A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach. Zwischen Rheinbach und Miel. Hier ist Gefahr durch ein liegen gebliebenes Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen. Kommt alle gut und sicher an. Hey NRW, das ist neu für euch. Einsender. Maximum Musik. Hits für jeden Moment deines Lebens. Einsender. Maximum Spaß. Für eine gute Zeit, die du verdient hast. Du empfängst uns in ganz NRW. Auf UKW und an jedem Ort mit unserer App oder im Web auf NRW1.de. Auch im Smart Speaker? Na klar. Sag einfach Alexa, spiel NRW1. Maximum Musik. Maximum neu für dich. Hey NRW1. NRW1. Maximum Musik. Mit Julia. Der neue Sound für NRW. Musik, die euch bewegt. Hits, die ihr einfach liebt. Und der Soundtrack für jeden neuen Tag. Schönen guten Morgen jetzt mit Lena und Looking for Love. NRW1. Hey Alexa, starte NRW1. Hier ist NRW1. NRW1. Maximum Musik. Maximum Hits. She works the night. Spine the water. Das ist neu für euch. NRW1. Maximum Musik. Maximum Hits. All day long. Versprochen. Hier sind 10.000 für euch. NRW1. 10.000 für euch. Der Sound für NRW. Hi NRW, ihr habt uns gefunden. Wir sind der neue Sound für euch. Wie kriegt ihr den? Ja ganz easy. Ladet euch einfach die App runter und freut euch 24-7 auf Maximum Musik von überall auf der Welt. Willkommensgeschenke gibt es hier natürlich auch reichlich. 10.000 Stück. Das sind die 10.000 für euch. Das bedeutet, wir spielen euch 10.000 Hits nonstop. Jeden Tag. Den ganzen Tag. Und da lassen wir jetzt auch nicht lange auf uns warten. Es geht weiter mit Jason Derulo and In My Head. Das ist Maximum Musik und Maximum NRW1. Morgen. Nrw1. Maximum Musik. Immer up to date in Nordrhein-Westfalen. Nrw1 News. Guten Morgen, ich bin Thomas. Firmen und Privatleute, wir alle sollen vom 200 Milliarden Euro Entlastungspaket profitieren. Nur wir ist noch völlig unklar. NRW1. Euer Update für unterwegs. Das Wetter. Erst noch ein paar Nebelfelder unterwegs heute. Die Sonne setzt sich aber im Laufe des Vormittags durch. Gerade in Aarhaus 10 und in Benzberg 7 Grad. Heute milde 15 bis schöne 20 Grad. Und das sind noch ein paar Wölkchen heute hier und da. Richtig. Aber morgen dann endlich richtig schönes goldenes Oktoberwetter. Bei teilweise bis zu 24 Grad für uns. Der Verkehr. Da ist bisschen was los auf den Straßen. Zum Beispiel auf der A42. Kamp-Lindfort Richtung Dortmund. Zwischen Gelsenkirchen-Bismarck und dem Kreuz Herne. Vier Kilometer Stau. Weiter auf die A46. Wuppertal Richtung Düsseldorf. Zwischen Wuppertal-Kronenberg und Harnost. Auch hier steht ihr auf einem Kilometer. Kommt alle gut und sicher an. NRW1. Das ist jeden Tag erster Klasse Reisen. Ihr schaltet ein. Und wir kümmern uns um den Rest. Echte Hits. Ohne Zwischenstopp. Dafür haben wir die 10.000 für euch im Gepäck. Mit denen ihr immer entspannt durch den Tag kommt. Rund um die Uhr. Maximum Musik. Maximum chillig. Hey! NRW1. NRW1. Maximum Musik. Mit Julia. Die richtigen Frostbeulen tragen heute noch eine Übergangsjacke über der Übergangsjacke. Aber hier wird es jetzt richtig schnell warm. Mit Maximum Musik und Maximum heißen Scheiß für euch. Moin! NRW1. NRW1. Maximum Musik. Maximum Spaß. Geiler Song, oder? Den nächsten gibt's direkt aufs Haus. Denn das ist neu. NRW1 spielt 10.000 für euch. Maximum Musik. Maximum für euch. I got my head out this sunroof. I'm lost in my favor to the sunroof. Gemeinsam locken wir die Sonne raus für euren Start in die hoffentlich kurze Woche mit ganz viel Wochenendfeeling. Auch schon am Dienstag mit Nicky, Jörr und Daisy und Roof. Sunroof. Und wir machen jetzt ganz easy weiter mit Maximum Musik hier auf NRW1. Hol's euch rund um die Uhr auf der App. Oder ganz easy jeden Tag, den ganzen Tag die Lieblingshits hören. Das machen wir jetzt auch. Und zwar mit Never Give Up von Sia um zwei Minuten nach sieben. Morgen! Boah, Radio hört meine Mutter. Challenge accepted. Maximum Musik. Maximum mehr für dich. NRW1. NRW1. Euer Start in den Tag. Ab jetzt jeden Tag mit Maximum Musik. Zehn nach sieben ist es. Das war Felix hier mit Rain in Ibiza. Schönen guten Morgen. Woran merkt man, dass Herbst ist? Ja, nee, nicht an den bunten Blättern oder am Sauwetter. Nee, man merkt es daran, dass bei Starbucks jetzt immer der Pumpkin Spice Latte wieder im Programm ist. Es ist sozusagen die überteuerte Übergangsjacke in Getränkeform. Hier gibt es jetzt aber noch ein bisschen Sommer für uns auf die Ohren. Und das rund um die Uhr ab sofort mit NRW1. Hi! Hallo NRW. Das ist neu. Ein Sender. Nur Hits. Das ist NRW1. Maximum Musik. Maximum gut. Immer up to date in Nordrhein-Westfalen. NRW1 News. Guten Morgen, ich bin Thomas. Wir alle sollen vom 200 Milliarden Euro Entlastungspaket profitieren. Nur wie ist noch völlig unklar. Und das waren eure News bei NRW1. NRW1. Euer Update für unterwegs. Das Wetter. Erst noch ein bisschen Nebel unterwegs heute Morgen, aber die Sonne, die kommt raus. Das ist heute Garantie. Bis 20 Grad sind maximal drin. In Emmerich messen wir gerade 10. In Bonn 7 Grad. Da ist noch ein bisschen frisch. Ansonsten wird es morgen nochmal richtig knallig warm. Bis 24 Grad. Das ist goldener Oktober vom Allerfeinsten. Der Verkehr. A1 Dortmund Richtung Köln. Zwischen dem Kreuz Dortmund-Unna und dem Westhofener Kreuz. Hier verliert ihr gerade 10 Minuten. 4 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Frankfurt. Zwischen Köln-Delbrück und der A59 am Dreieck Köln-Heumer. Auch hier 4 Kilometer 10 Minuten. A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund. Hier zwischen Gelsenkirchen-Bismarck und Hernekrange. Ein Kilometer Stau. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf. Zwischen Wuppertal-Kronenberg und Hahnost. Auch hier ein Kilometer. Und ein Kilometer auch auf der A57 Krefeld Richtung Köln. Zwischen Krefeld-Zentrum und Kreuzmeerbusch. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Das kommt alle gut und sicher an. Du hörst NRW 1. Maximum Musik. Maximum überall. Über UKW in ganz NRW. Über Web und App und auf dem Smartspeaker. Das ist Radio neu gedacht. NRW 1. NRW 1. NRW 1. Maximum Musik mit Julia. 7.22 Uhr an eurem Dienstag. Okay, Dienstag klingt jetzt nicht so sexy. Vielleicht hätte der Hinweis gereicht, dass kein Wochenende mehr ist. Ja gut, aber Dienstag ist doch auch nur ein Montag, an den man sich langsam gewöhnt hat. Hier geht's auch direkt leichter mit richtig guter Mucke auf dem Ohr. Hier kriegt ihr Maximum Musik für euren Start in diesen Tag. Moin. NRW 1. So klingt NRW. So klingt ihr. Hitverdächtig ohne Ende. Und so klingen die 10.000 für euch. Maximum Musik. Maximum Hits. NRW 1. Ava Max hat einfach keinen Bock mehr, sich zu fragen, ob sie genug ist. Sie weiß, du bist das Problem. Maybe you're the problem NRW 1. Guten Morgen, es ist kurz nach halb acht. Ultimative Schlussmachkracher. Anti-Liebeskummer-Mucke. Oder einfach der Soundtrack für alle Lebenslagen. Das ist der neue Sound für NRW. Das ist NRW 1. Schönen guten Morgen. Wir pfeifen uns nix. Außer bei Flowrider und Whistle. Nordrhein-Westfalen. NRW 1. Augen zu. Hält's an. Mit den 10.000 für euch. Maximum Musik. Maximum Chili. Immer up to date in Nordrhein-Westfalen. NRW 1. News. Guten Morgen, ich bin Thomas. Firmen und Privatleute, wir alle sollen vom 200 Milliarden Euro Entlastungspaket profitieren. Der Bund will uns mit seinem Maßnahmenpaket vor hohen Energiepreisen schützen. Nur wie ist noch völlig unklar. Und das waren eure News bei NRW 1. NRW 1. Euer Update für unterwegs. Das Wetter. Gerade noch ein bisschen neblig, aber die Sonne kommt heute raus und scheint den ganzen Tag bei maximal 20 Grad. Ansonsten eher milde 15. Gerade messen wir bei euch in Gronau 10 und in Euskirchen noch 7 Grad. Übergangswetter, aber dafür morgen nochmal richtig schöner, goldener Oktober bei bis zu 24 Grad für uns. Der Verkehr. Auf der A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen 3 Kilometer. Nochmal die A1 Münster Richtung Köln zwischen dem Kamm Zentrum und dem Westhofener Kreuz. Hier 6 Kilometer Stau, 15 Minuten Zeitverlust. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Köln-Dellbrück und der A59 Dreieck Köln-Holmer. Hier verliert ihr 10 Minuten, 4 Kilometer Stau. Weiter auf die A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf. Zwischen Wuppertal, Kronenberg und Hahnost ein Kilometer hier. Und Vorsicht auf der A57 Köln Richtung Krefeld. Zwischen der Autobahnanschlussstelle Kreuz Köln-Nord und dem Autobahnkreuz Kreuz Köln-Nord. Hier ist gerade Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Passt hier bitte besonders gut auf, denn auch die Parallelfahrbahn ist blockiert. Zuletzt noch die A57. Da neben Wegen Richtung Köln zwischen Mörskapellen und Krefeld Zentrum. 2 Kilometer Stau, 6 hier. Kommt überall gut und sicher an hier in NRW. Ihr teilt eure Zeit mit den Leuten, die euer Leben besser machen. Wenn ihr euch gönnt, dann nur, was euch wirklich schmeckt. Urlaub macht ihr dort, wo ihr komplett runterfahren könnt. Wieso denn beim Radio Kompromisse machen? Gebt euch das Maximum. Hits ohne Ende bei NRW 1. Nur wir haben die 10.000 für euch. Maximum Musik. Maximum Spaß. Hey, NRW 1. NRW 1. Maximum Musik. Mit Julia. Ganz genau so sieht es aus. Ab sofort sind wir eure 4A-Batterie zum Start in den Tag. Aufstehen, aufwachen, anziehen, aufdrehen. Mit uns NRW 1. Maximum Musik. Maximum wach. NRW 1. Maximum Musik. Maximum Hits. It's a match. NRW 1. Maximum Musik. Maximum Musik. NRW 1. Bis zum nächsten Mal.